Was ist das Geheimnis von Bückbrück? Das Besondere bei denen ist die Reifengröße. Hier haben wir einen 26,5er Reifen. Das ist ein Projekt, das wir mit Fahrern gemacht haben, die immer wieder Probleme hatten, dass die auf dem weichen Untergrund eingesackt sind mit der Maschine, was immer zu großen Ausfallzeiten kam. Beziehungsweise man hat es immer gehasst, mit Kettenbaggern zu arbeiten, weil man unheimlich viel kaputt macht an dem Untergrund. Also die Reifen sind was Besonderes? Genau. Diese Maschine hat gegenüber vielen anderen einen vierten Arm und dadurch kann man mit dieser Maschine eigentlich alles machen. Diesen Arm kann man per Knopfdruck zur Seite legen und kann sich ein anderes Werkzeug ran machen. Wir haben eine neue Anhängerkupplung entwickelt. Da kann ich mir das Teil schwenken und lege mir das einfach auf den Anhänger drauf. Nehme mir ein anderes Werkzeug und kann weiterarbeiten.